so ihr lieben also alles was im training passiert ist training ja schauen wir mal wie das ausgeht so da gucken wir mal was passiert ui kipp ok ok wir finden uns jetzt 20 minuten später wir finden uns auf dem halbweg in diese richtung mal sehen was die buchen dort machen mit ihrem häxler schauen wir mal wie das jetzt ausgeht wie wir da durchkommen ja aufpassen ok 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 Ich sehe nur, dass die Buche Pausen machen. Das ist ein kleben voller Pausen, was hier passiert. Das muss aufhören. Pausen gibt es nicht mehr. Ich habe auch keine Pause. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt machen die ja schon wieder Pause. Frühstückspause, Mittagspause. Nachmittagspause. Dann ist ja schon wieder Feierabend. Da haben sie drei Bäm geschnitten. Das funktioniert doch so nicht. So funktioniert das System nicht mehr. Da gibt es keine Pausen mehr in dem neuen System, wo wir jetzt sind. Nichts mehr. Morgens bis abends. Ohne Pause, ohne Mittag. Gegesen wird im Laufschritt. So, hey. So wie bei mir auch. Da muss ich nochmal nachholen. Jetzt. Gleich. Die Dörren wegräumen. Weg kehren. So, Vorsicht. Hopp jetzt. Auf. Ali. Komm. Berlis. Hopp. Vorsicht. Vorsicht. Tja. Bei was man so ein Ding alles gebrauchen kann hier, da fahren wir tausend Möglichkeiten ein. So, anderthalb Stunden später. Selber Weg zurück jetzt. Echt. Gonna goalpe eles. No! Will there ** No! No! Ha! � Rat, Delly. Rat. 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 Hey, come on, hier. Tell us. Rat. Rat. Rat, Delly. Rat. Hey, Schaukorn. Oh shit, da muss ich noch mal vorbei, jetzt müssen wir den ganzen Weg bekehren. Hey, na, Milan, jetzt hör auf jetzt, wir im Scheiß, komm her jetzt. Passig. No. Hey. Oh, oh, oh. Ja, 1,30m insgesamt, hier 48m, hier waren wir irgendwo bestanden, sind auch schon wieder dann, fast 2,5 Stunden. So, das war's jetzt, jetzt kriegen sie noch Futter, dann gehen sie, wird noch gewässer, dann gehen sie wieder in den Kähnl, oder in die Kähnl und dann, ha, sag mal, und dann wird Futter gemacht, dann kriegen sie nochmal Futter. Also sie kriegen ständig Futter eigentlich. So, das war's jetzt. So, das war's jetzt.